Erst im Dezember 2021 ruft Emmanuel Macron eine neue Initiative für Menschenrechte aus. Die sogenannte Initiative for Human Rights Defenders ehrt am 8. März dem Internationalen Frauentag Hüter und Bewahrer von Menschenrechten. Die wichtige Auszeichnung wird an diesem andächtigen Nachmittag in Paris von Macron zuerst den Frauen überreicht. Diese große Ehre wird kurze Zeit später vor dem Élysée-Palast auf relativ unkonventionelle Weise für die Ewigkeit festgehalten. Und so entstehen diese herzlichen Schnappschüsse, die die glücklichen Gewinnerinnen zusammen mit dem breit grinsenden Hahn im Korb zeigen. Seine Frau Brigitte ist ebenso mit im Bunde und schmiegt sich für das Selfie liebevoll an ihren Mann. Ob die französische First Lady vergessen hat, dass es sich bei der geplanten Aufnahme um ein Gruppen- und kein romantisches Pärchenfoto handelt? Es scheint fast so. Denn anstelle von ihrem Emmanuel wegzuweichen, kuschelt sich die 68-Jährige noch näher an ihren Gatten und legt verliebt den Kopf auf seine Schulter. So ungezwungen und herzlich vernarrt sehen wir die Macrons am liebsten.